Liebe YouTube-Freunde, was macht der Bauerhaus heute Samstag? Ich muss mit meinem Haarlei in die Werkstatt. Der hintere Pneu ist durch und ich habe ein Problem mit der Zündung, mit den Kontakten. Das hintere Licht brennt nicht mehr und das Dünschloß ist ausgeleiert von den vielen Vibrationen, die ein Haarlei macht. Wenn du natürlich ein neues Kabel wachst und in dir auch ein neues rein, dann muss ich einfach dran mit der Handkornaden. Du hast einfach den Aufwand. Wie du wachst? Nein, nein, ist schon gut. Auch der Bauerhof ist. Offen ist noch, ob der Bahnverkehr im Verlauf des Tages durch die zweite, einbleibende Tunnelhöhre aufgenommen werden kann, die nicht direkt vom Brand getroffen war. Der Brand fährt zu einer starken Braut- und wird umgeführt. Im Tunnel erstellt. Das ist schon mal so extrem entdeckend. Mhm, der man drückt. Ist das bei allen so? Ja. Und dann kann es plötzlich durchripsen. Ja, das muss auch nur auf eine Richtung drüber springen. der Meister abläuft. Die Zudel werden sie auch die WLAN über den Kopf verlassen. Ja, das sind alle drei Tage. Und dann können wir die Zudel grundsätzlich durchrimpfen. Und dann können wir die Zudel wieder das in der Luftschlag.